Musik So, in der Mannschaft, die Kamerun Nummer 4, und gleich auf der anderen Seite. Rosina heißt diese junge Stute von Markus, Markus' amtierender Bundes-Sieger-Hengst der Bundeskarte und Schauer 2017, mit der Bundesprämie ausgezeichneten Leistungs-Hengst, ein Sohn des Ockwart, der Mann-Körnungs-Sieger-Stunden-E-Siegers und die wundervolle Porsille von Karda, eine Leistungs-Stute von Haupt-Perminitz-Fiener-Sieger, die dann wieder auf Schilderer und Wetter zurückgeht. Staats-Permin-Stute von Onja von Wetter und dann eine Stute aus dem Großen-Höfler, Trottertal-Verbittungs-Gemeinschaft Höfler-Hügle, ist auch Züchter-Vorschneller. dieser Porsille geboren. 25. Kürzer in den Maßen 1,50 oder 90-20. Wir haben vielleicht noch zu erreden. Katalog weiter unterverzeichnet. Leistungsbüchen 8,25. Serge Kreist-Gemeinschaft Höfler-Hügle, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020